so weiter geht es mit unserem flughafen simulator wir haben noch fahrzeuge zu tun fahrzeuge abzuarbeiten bus wollte ich jetzt nicht fahren sondern wir wollen weiter mit unserem fahrzeug machen gepäckwagen wir fahren den flugzeugschlepper mal super ich darf natürlich keine fahrzeuge ich darf sie nicht auch nicht fahren ich fühle mich über fahrzeuge jetzt klar habe ich den fahren ja darf ich flughafen links fahren darf ich fahren und den gehen wir auch zu tanken dann gucken wir mal was wir irgendwie so eine 2 halb ledigen haben so da vorne ist die tankstelle so du tankst jetzt mal mein auto auf aber wir gehen gleich mal auf den rhein in den nächsten tag wenn wir das weiter erledigt haben das dauert natürlich alles ein bisschen so 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 Ach komm, ich springe den nächsten Tag zurück zu spielen, warte mal, jetzt hab ich da irgendwie was, was war noch, haben wir noch Fahrzeuge, okay, Fahrzeuge, tankt auf, gut, jetzt tankt auf, kann ich den Gepäcklader eigentlich fahren, ja, darf ich, sehr schön, auch den gehen wir natürlich wieder auffangen und dann fahren wir, und dann bringen wir die, klar, wir müssen jetzt mal gucken, die Verkleidung für mich aus dem Frachtladen, heiler oder halbis, wie Personal, nee, Fahrzeuge, parken, 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 auftanken, sehr schön, parken, Frachtlader, den Bus, so, den müssen wir ja auch noch auftanken. Ahem. 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 So, Bus tankt auch auf. So, Fahrzeuge. Ja, wir können ja Personal machen, trotzdem mal gucken, ob wir Personal umwarten haben. Fahrer einstellen, ja, möchte ich. So, dann gucken wir mal mit dem Lkw-Fahrer. Mechaniker, sehr gut, wieder mal rein. Das ist mein Lkw-Fahrer, Lkw-Fahrer Stufe 6, können wir auch reinstellen. Da können wir nämlich die Fahrzeuge schon verwalten. Das können Mechaniker ganz wenig genug haben. Ah, 15.03., also die fangen noch an, die brauchen noch Zeit. Gut. Gut, dann gehen wir den Tag überspringen. Und dann gehen wir mal rein in den neuen Tag. Wir haben wieder zwei Flügel abzuarbeiten. So, wir können zwei Flügel nehmen, die nehmen wir auch. Ja, möchte ich. Und das ist Tag 2. So, wer die Personal ist daraus? Du bist Mechaniker, du hast als Fahrzeug den Bus zu nehmen. Aktion, du bist ein Fahrer. Ja. Gut, er arbeitet. Und ich fahre jetzt. Was mache ich jetzt? Das ist nichts. Das ist ja normal. Gehst du in die Personalliste? Habe ich doch gesagt, dass ich das mache. Und du bist Fahrer. So. Gehst du in die Hauptquartier und gehen mehr abwechseln, wie bei deinem Personal? Äh, bei deinem Dings. Gut. Was möchtest du von mir? Für den Ding brauche ich nicht. Fahrzeug auswählen. Weil du könntest im Gepäckwagen fahren, dann gehe ich da richtig. So. Gut. Hier sind. Füllbares Personal. Nein, wichtig. Äh, Fahrzeugstufe 2. 17.3. Okay, die kommen alle später. 11.3. Haben wir mal was, was sofort da ist? Nein, haben wir nichts. Ja, möchte ich. So, ich kann einfach mal alle einstellen. Sicher, sicher. Aber wir haben genug Leute an Bord. Ich habe am Anfang ganz richtig, das ist gut Personal. Gutes Personal. Gut. Was habe ich jetzt? Personalliste. Personal. Spieler. Also, Fahrer, Lkw-Fahrer, ich kann. Ah, ich möchte mich zum Lkw-Fahrer upgraden, ja. Und du bist jetzt auf jeden Fall als Fahrer weitergemacht. Gut. So, dann fahren wir jetzt, äh, wieder Bus. Wahrscheinlich, ne? So, wir sollen ja jetzt... Ich weiß, ob wir nicht immer noch einen Flug oder so. Ne, 7 Uhr kommt der erst, ne? Ich weiß nicht. Wer war das jetzt? Aufgaben. Ach so, die... Nicht verfügbar. Ankurve in den Sinn. Ja, auf 7 Uhr startet der. Eieieiei. Hä, muss ich jetzt eine Stunde noch warten, oder was? Wir springen mal hoch zum nächsten Ereignis, wenn ich hier bin, das ist gerade sonst... So. 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 So, jetzt ist die Aufgabe. Wie kann man hier den Bus fahren? Ja, das tue ich doch gerade. Sehr gewirr oder nicht? Wäsche ich nicht mehr? Genau. Dann fahren wir den bis jetzt. So. 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 10 Minuten haben wir noch die kleine Maschine hier ich gehe das immer wieder durch Fatschirm stehlen gut dann machen wir jetzt mal was anderes ok ich muss jetzt zur Tankstelle fahren und dann machen wir mal was anderes anstatt jetzt so Gepäck auf Flieger und Bus fahren wir jetzt mal mit dem Tankwagen Bus ist fertig so wir nehmen jetzt mal ein bisschen was auf und dann fahren wir dann jetzt kommen wir jetzt zurück zum Flieger und tanken den Flieger auf glaube ich wir werden Fahrzeuge da wollen wir nicht fahren weil wir doch nicht voll ausgebildet sind dafür so so zack 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 der Tank jetzt auf jetzt fahren wir den Bus weg so so schade ist so 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 der ist Fertsaufgabe ok der ist ja stimmt der Gepäckwagen brauchen wir gar nicht fahren den übernimmt ja gerade der neuerliche Kollege dann brauchen wir heute kein Gepäck zu machen dann machen wir heute nur noch schnell die Gangwagen zurückbringen natürlich als nächstes noch der Gepäckwagen ist der Gepäckwagen oder nicht? der muss auch gemacht werden ok ja gut der Gepäckwagen ist noch das nächste wenn wir den Tankwagen zurück zum Hangar äh zum 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 das ist eine Halle das ist eine Halle so komm wir gehen mal die Wegschmerk falls ihr wollt irgendjemand was gerade von uns hat was aber gar nicht so ach ne das ist hier ja die Standardverleihung ok so wir müssen jetzt warten wir können ja mal tanken noch schnell oh da hätte ich ja die Flughafenfeuerwehr was ist hier los so Security tankt der jetzt weiter auf oder wie sieht das jetzt aus ich hab keinen Fahrer komm abbrechen ich darf so ich muss jetzt warten bis der fertig ist mit dem Security Fahrzeug so ich ich hab noch keine auch für den Dingsholzplatz da hab ich ja noch keinen ne ich darf auch nicht eh ich darf auch gar nicht eh ich darf auch gar nicht eh so was haben wir mit dem Ding hier fahren wir den zurück jetzt zur Halle damit er nicht die ganze Zeit draußen steht hier 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 ist der nicht den packen oder was ach so gut hier packen wir sie irgendwo so Wir haben jetzt ein Kollege da, der ist immer noch zur Aufgabe unterwegs, okay. Ich kann mal nicht zoomen. Können wir jetzt warten, einen Moment. Das erwarten wir, so wie gerade gar nicht. Ja, mein Kollege ist fertig. Perfekt. Der muss immer noch warten, nee. So. Können wir drüber fahren mit dem nächsten? Nee, können wir nicht. Fahrzeuge, Bus. Wir müssen jetzt nicht warten. So. Hat er gerade einen Flieger gerade, nee, Mann. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020